Sehr gut, also das unterstützen wir auch, gerade diese Paradiesbögel wie Brotnen und Co. AJ Guinness mit Startnummer 45 ist er dann nach vorne gefahren, auf Platz 23. Der hat was vor. Der US-Amerikaner, der für Griechenland startet, weil der Papa Grieche war, in New York, im Stadt New York gab es viele Griechen, sein Papa war einer davon. Ja, und der kam überragend schief an. Hat häufiger heuer in der Saison schon gezeigt, Teilabschnitte extrem schnell gewesen. Steht zentral über den Ski drüber und ja, mega, baut sogar noch aus. Und das ist jetzt gemessen auf den Oßen. Der fährt da, der ist auf Zug, wie in einem Guss, macht das super bis hierhin. Hat schon ein, zwei Mal in seiner Karriere solche Fahrten gezeigt. Heute ist das wieder ein absoluter Traumlauf. Ja, super, gefahren auch in die Haarnaden rein, überlegt, gemacht. Das Ganze runterziehen. Ja, bleibt super auf Zug. Da spritzt nichts auf, sondern er fährt das alles geschnitten. Super, richtig auf Kontrolle. Und dass er das jetzt umsetzt, jetzt mit der Führung. Eine kleine Märchen-Story in diesem Welt.